Also Bessos wie es gar so ist für uns wichtig, weil es ist eine Wertschöpfung an der Branche, dass sich jeder immer wieder erfindet, kreativ ist und auch wirklich die Ergebnisse sieht und das macht es eigentlich aus und das ist auch das, warum wir Bessos wie es gar so unterstützen.